und damit willkommen zurück zu einer weiteren folge notruf 112 die feuerwehr simulation teil 2 mit dem freiwillige feuerwehr dlc und wir haben in der letzten folge den lehrgang abgeschlossen für die technische hilfeleistung und deswegen hatte ich mich gerade ins bett gelegt und jetzt beginnt ein neuer weiterer tag wir sind mittlerweile am 22 8 angekommen im spiel aber wir haben tatsächlich immer noch den 15 8 an dem ich aufnehme wir spielen immer noch die beta natürlich von dem freiwillige feuerwehr dlc und warten jetzt eigentlich nur darauf dass unser handy klingelt damit wir raus zu einem einsatz können wir können aber theoretisch wie schon mal einfach ein bisschen mit dem auto durch die gegend kurven ist vielleicht besser als wir jetzt die ganze zeit in der wohnung hin und her laufen weil man kann ja angriffstrupp führer können wir ein verkehrsunfall für die freiwillige feuerwehr würde ich sagen ja machen war wir sind ja schon mal einer folge bin ich ein bisschen mit dem auto durch die gegend gekurvt bis dann irgendein einsatz rein kam weil in der wohnung kann man halt mittlerweile oder was heißt mittlerweile momentan momentan wollte ich sagen momentan kann man in der wohnung halt nicht wirklich viel machen das annäckste was man in der wohnung machen kann ist sich ins bett legen dabei ist halt noch cool wenn man irgendwelche beschäftigungsmöglichkeiten bekommen könnte wenn es nur ist auf so versetzen und irgendwelche blöden videos angucken oder keine ahnung youtube videos angucken was weiß ich über den fernseher irgendwas das einen beschäftigt oder irgendwelche blöden minigames reingebaut irgend so was in der art damit man ein bisschen beschäftigung hat bis dann irgendwann ein einsatz kommt die bleiben immer stehen die sind genauso wie im bus simulator da bleiben die fahrzeuge auch mehr stehen wenn man kommt ich hab's einfach nicht drauf mit der fahrzeugsteuerung mit dem kleinen auto lkw ist bus kein problem aber hier so ein läppiger kombi macht mir das leben zur hölle wo ist mein platz da vorne ist mein platz alles klar rückwärts fahren wird spannend ne wo bleibst hat ein kollége oder kollegin 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 Bin ich mal gespannt, wie schwer der Verkehrsunfall ist. Und ob jetzt der Rettungswagen auch mit dabei ist. Bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt. Sehr lange Anfahrt auf jeden Fall. Oh Crash. Ein Unfall. Die spawned. Ist nichts passiert. War schon vorher kaputt. Ach ja. War es eine lange Anfahrt. Oh, der Drift. Der Kollege ist heute gut drauf, der fährt. Ich ahne fast, dass das derselbe Unfall ist, den wir schon 30 Mal in der Berufsfeuerwehr abgearbeitet haben. Wenn es jetzt links lang geht, dann ja, er blinkt links. Das wäre schön gewesen, wenn das jetzt ein anderer Einsatz gewesen wäre, weil den hat man wirklich schon tausend Mal gehabt. Da vorne in der Kurve normalerweise. Mein klar, so hat man sich ein bisschen die Arbeit gespart, neue Einsätze zu gestalten. Aber, nein, er blinkt rechts. Das ist ein anderer Unfall. Okay, das ist cool. Das feiere ich. Und da vorne ist schon Blaulicht. Der Rettungswagen ist da. Sehr schön. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ist fast die gleiche Stelle, aber ist ein anderer Unfall. Und einmal anders abgebogen. Und der Rettungswagen ist tatsächlich da von der Berufsfeuerwehr. Das finde ich richtig cool. Das finde ich richtig cool. Der gut altbekannte Rettungswagen. Ja, der Funk ist noch nicht so hundertprozentig vertont, weil da kamen den Entwickler Corona dazwischen. Und der Rettungswagen macht sich auch startklar. Ich war hier hinten noch nie, aber es ist eigentlich auch eine coole Stelle für technische Hilfeleistung. Ich muss für die Folge einfach ein Bild vom Rettungswagen haben, aber der blöde Pfeil geht mir gerade auf den Sack. Deswegen gehe ich erstmal zum Fahrzeug. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, den Hydraulik-Spreizer hier hinzulegen. Und ihn nicht zu benutzen wahrscheinlich. Darf ich jetzt schnell mal ein Bild vom Rettungswagen machen? Ihr macht das schon. Bin ich mir ganz sicher. So, ich denke mal, da ist was Cooles dabei. Oder kriege ich noch das Feuerwehrfahrzeug da ein bisschen mit drauf? Wahrscheinlich nicht. Nur so, aber naja. Vielleicht so. Mal schauen. Jo, die bereiten die Tür schon mal vor, zum Aufbrechen. Na, hast du den Kopf gestoßen? Sieht böse mitgenommen aus. Oh Gott, die Lippe sieht ja schmerzhaft aus. Au, au, au. Ähm, öffne Fahrertür. Soll ich das jetzt weitermachen, oder wie? Alles klar. Ich habe gerade erst meinen Lehrgang absolviert. Vielleicht rutsche ich ab und schneide Ihnen das Bein ab, aber... Nehmen Sie es mir nicht übel. Ich bin noch am Üben. Ich bin noch am Üben. Ähm, nicht ablegen. Ich würde das Ding gerne irgendwo benutzen und ansetzen. Und, ähm, jetzt. Oh Gott, er zielt wirklich aufs Bein. Ach, war das ihr Fuß? Entschuldigung. Ach, den linken brauchen sie doch gar nicht, oder? Wir haben doch zwei. So. Ich lege das Ding mal lieber wieder ab. Das wird mir zu gefährlich hier. Er kriegt sich doch nicht mal ein, weil ich den Fuß abgeschnitten habe, oder wie. Ja, keine Ahnung. Ich lege das Ding mal wieder ankommen. Das ist bestanden, Ende. Das war's schon. Was mich wundert, wir haben wieder nicht die Fahrbahn abgesichert. Gegenverkehr hätte fließen können. Der hat aber da vorne schon gestoppt. Und theoretisch hätten hier ja auch Fahrzeuge kommen können. Die hätte man vielleicht vor der Kurve auch irgendwie abstoppen sollen. Vielleicht, ja. Das fehlt irgendwie so ein bisschen im DLC, dass man die Fahrspuren absichert. Das wurde auch beim Lehrgang erwähnt, aber... Das wird nicht automatisch ausgeführt. Vielleicht müssen wir das übernehmen. Da muss ich das nächste Mal dran denken. So, der Rettungswagen fährt ab. Vielleicht kriege ich da noch ein cooles Bild. Aber nee, solange das hier gelb leuchtet, kriege ich kein cooles Bild. Vielleicht bin ich schnell... Vielleicht bin ich schnell. Vielleicht kommt der Rettungswagen nicht vorbei. Ende. Jo, zeig mal, was deine Hupe kann. Jetzt habe ich wieder so einen gelben, blöden Pfeil da. Nein! Das wäre so ein schönes Bild geworden. Ah, ärgerlich. Irgendwie muss ich das ausstellen. Muss ich mal nachschauen. Ab geht's nach Hause. Da wäre natürlich noch schön, wenn die Polizei jetzt gekommen wäre. Wegen dem Unfall. Plus, vielleicht kann man irgend so ein Feuerwehrfahrzeugmodell ein bisschen abwandeln. Und zack, man hat einen Abschleppwagen. Und dann könnte man den da auch noch rufen. Und das Fahrzeug wäre dann weg. Wäre natürlich schöner. Dann würde man die Einsatzstelle ein bisschen sauber überlassen. Das hatte ich aber schon mal bei der Berufsfeuerwehr kritisiert. Und ich höre gerade den Rettungswagen irgendwo. Ja, da vorne blinkt es blau. Genau. Da vorne fährt er. Ja, das würde ein... Okay, der Rettungswagen ist gerade durchsichtig, außer das Blaulicht. Ja, das würde halt so ein bisschen befriedigendes Gefühl geben, glaube ich, wenn man die Einsatzstelle wirklich sauber verlässt. Ist jetzt nicht das Wichtigste, aber es wäre halt ein nettes kleines Detail. Und es wäre auch ein nettes kleines Detail, wenn der Rettungswagen nicht durchsichtig wäre, ob man nur die zwei Personen mit Blaulicht durch die Gegend fliegen sieht. Sieht interessant aus. Kann ich da irgendwie hinzoomen? Ah, jetzt sieht man ihn wieder. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Ja, jetzt nicht mehr. Schön. Untertitelung des ZDF, 2020 Und wir sind schon wieder zurück. Ich habe das Gefühl, die Hinfahrt war länger als die Rückfahrt. Kam das jetzt nur mir so vor oder ist das tatsächlich der Fall? Dann hätte man ja irgendwie die falsche Route genommen auf der Hinfahrt. Wir sind tatsächlich mit der Hinfahrt. Wir sind wieder heile angekommen. Hatten nur auf der Hinfahrt einen kleinen Verkehrsunfall, aber da konnte ich ja nichts für. Ich bin ja nicht gefahren. Somit bin ich zufrieden mit der Folge. Ich denke mal, der Einsatz ist ganz gut verlaufen. Die Person hat nur äußerlich Verletzungen gehabt. Und ja, soweit alles so gut. Da kommt die Rückmeldung vom Rettungswagen. So, somit beende ich die Folge. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Ich habe wieder vergessen, meinen Timer zu stellen. Ich weiß nicht, wie lange die Folge geht. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommi.